Ja, was soll's, packen wir es an, ziehen wir es durch. Es sollte sowieso nicht allzu lange dauern, denn ich bin nicht wirklich angetan von dem Produkt. Und deswegen würde ich es gerne beginnen mit herzlich willkommen zur größten DWS-Uttäuschung des Jahres. Allerdings vorab noch kurz eine Warnung. Wenn was zwischen gut und schlecht, leicht Richtung schlecht tendiert, dann neigt mein Hirn aufgrund dessen, wie es funktioniert, einfach das ein bisschen negativer aussehen zu lassen, als es ist. Denn es ist absolut kein schlechtes Produkt, aber ich warte eben schon seit Januar auf die. Habe sie jetzt endlich erst bekommen. Viele positive Tests gesehen, bin bis heute noch ein Riesen-Fan der One More Stylish, die ich relativ oft noch als Daily Driver im TWS-Bereich nutze und hatte gerade als Flaggschiff für einen Preis von 200 Euro eben hier dementsprechende Erwartungen. Feature-mäßig wurde ich hier absolut zufriedengestellt, denn es gibt Soundthrough, 1C, einen Ohr-Sensor, Tasten, aber auch kapazitive Tasten plus noch Dual-Master-System. Hört sich alles super an, aber wo es ein bisschen hapert bei dem Preis, ist eben Akkulaufzeit. Und eben gerade für mich der wichtigste Punkt ist das Sound und die nötige Lautstärke. Bevor wir allerdings dazu kommen, noch ein weiterer Punkt, das wäre das Design. Nicht das des Cases, denn ja, es ist definitiv nicht kompakt, ein bisschen auf der klobigen Seite. Hat allerdings USB-C, eine gute Verarbeitung, hier auch gummiert, bleibt offen. Hat hier die LED für die Akkuzustandsanzeige des Cases, da noch ein Pairing-Button. Die Magnete sind sicher, also da fliegt nichts raus. So wird alles gut, aber wo mich groß eben ein bisschen mehr stört, ist bei den TWS. Denn im Vergleich zu den alten, seht ihr hier schon, ist das ein gutes Stückchen größer. Und es wirkt vielleicht so noch nicht so extrem, aber sobald ich es mir mal ins Ohr stecke, werdet ihr sehen, was ich meine. Sind die alten Style schon nicht super dezent? Stechen raus, haben eben diesen gewissen Shrek-Faktor. Aber das kann man noch so durchgehen lassen. Und heutzutage lassen Leute einiges durchgehen, aufgrund dessen, weil man da relativ schmerzfrei ist. Man ist sowas mittlerweile einfach gewohnt. Sind das halt doch schon Gravenzmärzer. Also gerade im direkten Vergleich eben mit den alten, ist der Unterschied schon deutlich. Allerdings, wo es dann wieder weiterum gut aussieht, ist der Lieferumfang. Ihr bekommt einen Haufen verschiedener Wings, ihr bekommt einen Haufen verschiedener Tipps. Ihr seht schon leicht oval. Also da solltet ihr definitiv was Passendes finden. Bekommt ihr dann eben nicht nur eine kapazitive Taste zum Switchen des ANC und so weiter, sondern auch echte Taste für die Bedienung. Also das ist so ziemlich das Mächtigste. Wobei ich sagen muss, das funktioniert irgendwie bei mir nicht ganz so zuverlässig. Gerade wenn ich nur einen habe. Und gerade der Long Press zum nächsten Liede dauert gefühlt ewig lang. Gibt es da noch einen Ohrsensor. Natürlich noch die Mikros fürs ANC. Die Verarbeitung ist absolut top. Die Optik an sich ist schön, aber ist halt riesig. Hat allerdings keinen negativen Einfluss auf den Komfort. Denn der ist ähnlich wie bei den Stylish eben absolut auf dem Top-Niveau. Die sitzen relativ dezent unauffällig. Also ihr habt nicht diesen Ohrpfropfen-Gefühl, wo es sich wie rein saugt. Denn die lassen dadurch auch ein bisschen mehr Luft durch. Also die Isolierung ist so auf dem durchschnittlichen Niveau. Das heißt auch ein guter Sweetspot. Nicht zu heftig abschirmend. Aber es lässt noch ein bisschen genug durch, damit es eben natürlich klingt. Also das ist gut. Sie sitzen aufgrund der Wings, aufgrund der Form selber. Absolut sicher top für Sportgehaltung und so weiter. Und dann eben auch noch stundenlang bequem. Also da ist alles sauber. So, der nächste Punkt wäre jetzt allerdings natürlich noch neben der Isolierung, ja, die aktive. In Form von ANC. Ist nichts Besonderes. Also gerade von meinem Kontakt wurde gesagt, ja, wir haben das gleiche System wie eben Bose. Das heißt, wir haben Mitte das beste ANC. Es ist nichts Besonderes. Ich habe das so schon in einigen anderen gesehen. Es ist okay, aber es wird auch mit relativ viel Rauschen erkauft. Was mich persönlich jetzt nicht so stört, aber es ist nicht wirklich effektiv. Da gibt es welche, die eben mit einem passiven Noise Cancelling, wo ich allerdings nicht ganz so der Fan bin, weil es halt extrem abschirmt, da sogar deutlich mehr reichen können. Das Sound-Through-Feature ist auch ein komplettes Gimmick, weil es bei weitem nicht so gut funktioniert wie bei manchen anderen. Und ich habe nicht wirklich viel Nützliches mehr gehört. Ansonsten der Ohrsensor ist okay. Was mich da allerdings ein bisschen stört, der ist nicht komplett abschaltbar. Und als ich eben OneMore fragte, wieso, sagten die, wieso denn? Also man kann, wenn man sie raus nimmt, pausieren und dann eben entscheiden, ob sie beim Einstecken wieder weiterlaufen oder nicht. Aber warum haben das in den Optionen die OneMore Color Buds die Option? Könnte nachträglich noch kommen, schön. Aber was auch kommen sollte in der Software, zu der ich jetzt nicht unbedingt kommen möchte, weil sie ansonsten nichts mehr bietet, ist eben ein Feature, die Bedienung umzustellen. Denn sie funktioniert so, wie sie ist, gerade mit den echten Tasten gut, aber auch ein bisschen komisch. Denn sie funktioniert wie folgt. Ein doppelter Klick ist Play oder Pause. Ein langer Klick, der meiner Meinung nach aber gefühlt ewig lang dauert. Und teilweise hält man dann schon so lange, dass sie ausgehen fürs nächste Lied. Ist ein bisschen unzuverlässig, gerade im Modo-Modus. Dann eben ein Double-Tab eben fürs Wechseln von 1C. Ist mir halt aufgefallen, dass 1C oder auch Soundthrough mit nur einem nicht funktioniert. Das schaltet dann direkt nach dem Aktivieren in der Software ab. Oder wenn ihr es hier macht, passiert erst gar nichts. Kann ich Ihnen nachvollziehen. Denn ich habe zum Beispiel die Mi von 05. Die haben auch diesen Soundthrough-Modus. Und dann nutze ich bei der Arbeit nur einen Lass-Sound durch, was auch deutlich besser funktioniert wie hier. Und das ist okay. Oft ist es so, dass wenn man eben nicht beide drin hat, dass dann ein komisches Druckgefühl aufkommt oder sonstiges. Aber das hatte ich bei denen nicht. Und ich hätte gerne die Option. Sollte mir überlassen sein, oder? Ansonsten, ja, Bedienung habe ich schon erwähnt. Kommen wir jetzt allerdings zu den anderen Sachen wie eben Features. Und da gibt es einen Haufen. APTX, da sei der sauber in Sachen eben, ja, Versatz und so, gibt es nicht wirklich was zu erwähnen. Gute Qualität. Die Verbindung selbst ist sauber. Wenn es ums Hintergrundrauschen geht, da ist meistens ein bisschen so ein leichtes Zirpen zu hören. Und das wird dann allerdings abgestellt nach ein paar Sekunden. Im normalen Einsatz ist es mir jetzt nicht mehr wirklich aufgefallen. Es ist, glaube ich, auch besser geworden mit dem letzten Update oder so weiter. Aber für die Supersensiblen einfach mal kurz erwähnt sein sollte das. Und aus irgendeinem Grund scheint es kein Multiconnect zu geben, obwohl es ein simultanes Dualmasse-System war. Was eine coole Sache ist, zu dem ich gleich noch komme, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es an meinen Geräten liegt. Ich habe es allerdings jetzt mit dem Handy und dem iPad probiert und mit dem Handy und dem Laptop. Klappt nicht, solange ich nicht vorher mit dem anderen eben, ja, die Verbindung trenne. Was allerdings wieder super ist, ist im Prinzip das Simultan-Master-System. Das heißt, beide kriegen das Signal direkt vom Handy. Beide sind nicht unabhängig voneinander, eben, ja, abhängig voneinander. Sagen wir es so, wie ihr braucht. Das geht also, egal wer ich nur nutzt, könnt ihr einzeln nutzen. Wobei eben nicht die Bedienung das wiederum nervt. Lautstärke, für mich eigentlich schon das Kriterium, denn selbst bei manchen leiseren Podcasts musste ich durch die Boost-Funktion nutzen, um genug Lautstärke zu bekommen. Für mich, der, ja, zugegebenermaßen relativ laut hört, ist das nicht ansatzweise laut genug und da kriege ich einfach nicht das Feeling, gerade bei irgendwie, bei Sport oder so weiter, das ich haben will. Und wenn jetzt manche sagen, ich höre nicht so laut, schön für euch, aber nur, dass ihr wisst, das ist ein Fakt, die sind deutlich leiser als viele andere. So, und wo sie auch nicht unbedingt viel schlechter sind, aber doch ein Stückchen schlechter als andere, ist eben bei der Akkulaufzeit, denn ohne ANC bekomme ich so im besten Falle bei nicht mal der maximalen Lautstärke fünf Stunden, aber das war auch schon das höchste der Gefühle, eher ein bisschen weniger. Mit ANC dann allerdings aktiviert seid ihr mal mindestens rund auf vier, wenn nicht sogar auf dreieinhalb und dadurch ist meiner Meinung nach das ANC-Feature so okay ist, für euch vielleicht funktioniert, eigentlich fast schon Gimmick, weil wir es groß damit machen. Ja, und der Ohr-Sensor, wie schon gesagt, ist eben nicht deaktivierbar, kommen wir jetzt zum Klang, da halte ich mich wirklich relativ, ja, kurz, weil 0815, besser könnte man fast nicht erklären, denn Soundstage und Imaging, alles normal, Dynamik, naja, Soundsignatur, eigentlich eine gute Balance, leicht gesoundert, aber mir einfach zu sicher. Und es ist ähnlich wie bei den Sennheiser, bei den TWS dort, die klingen relativ fade und mir kommt es so vor, als ob man die Masse irgendwie zufriedenstellen wollte und dadurch eben keinen wirklich zufriedengestellter. Wäre man in ein Extrem gegangen, hätte man vielleicht die Pfannen oder Bassleute zufriedengestellt, ein bisschen Anspruchssor oder vielleicht die Leute, hat man hier so versucht, das hinzubekommen und im Prinzip hat man das, aber dadurch klingt es halt ein bisschen mau, weil sie sind nicht super neutral oder flach, aber sie klingen relativ dynamikfrei und so weiter. Also, ich kann da nicht irgendwie voll mit abgehen mit Musik, liegt allerdings auch daran, weil ich nicht ganz die Lautstärke kriege, die ich gern hätte. Also, ja, alles recht normal, nicht stickig draus, also wir haben keinen super tiefen Bass, keinen super boomy Bass, keinen super präzisen Bass, die Mitten, die Stimmen sind normal tonal, bei den Höhen, muss ich sagen, ein bisschen bedeckt, was eben auch zu dem langweiligen noch daherkommt, fehlt es mir da ein bisschen Frische, an Klarheit, an einer offenen Bühne, ein bisschen mehr Transparenz, Brillanz, Details, also das ist alles nur so average, mega average, würde ich sogar sagen. Deswegen muss ich auch gar nicht zu den ganzen Genres und so weiter kommen. Und ja, wir beenden das schon fast hier mit den Vor- und Nachteilen. Klasse kommt vor uns jetzt, das ist für mich das eine Riesending, dann eben viele Features, wobei die jetzt nicht alle wirklich so spannend sind, aber APDX ist klasse, eine App ist klasse, auch wenn sie nicht viel macht, ANC ist praktisch für viele Leute, Soundthrough, weil es nicht viel macht, weniger, Simultanmaster, Ohrsensor, alles schöne Sachen, für mich eben auch sehr, sehr schön zu sehen, ist eine echte Tastenbedienung, plus sogar eben kapazitiver, funktioniert jetzt auch nicht perfekt, aber okay. Bei naja, könnte man fast schon bei negativ hinsetzen, allerdings die TWS sind, ich finde einfach ein bisschen sehr auffällig, klobig und groß, Touch, ab und zu das aus Versehen, beim Korrigieren löst man da schon ein bisschen was aus, ANC und eben der Pass-Through-Modus sind nur Durchschnitt, der Sound ist relativ langweilig, wenn ihr allerdings sagt, ich will nichts Spektakuläres, ich höre nur Podcasts damit, passt auf jeden Fall, weil ich möchte das einfach nochmal gleich sagen, das ist kein schlechter Sound, das ist halt für das Geld einfach nicht das erfüllend, was man erwarten würde. Genauso auch wie bei der Akkulaufzeit, ob es jetzt 5 Stunden mit ANC sind oder eben nochmal gut weniger ohne, äh, mit ANC ist dahingestellt. Dann leiser als viele andere, für mich das KU-Kraterium, ich brauche meine gewisse Lautstärke, sonst kriege ich da keinen Fun in bestimmten Situationen. Dann der Long-Click dauert ein bisschen lang, wirkt ein bisschen unzuverlässig, viele Features, keine Fehler, aber fürs Abgelieferte meiner Meinung nach, dachte man doch zu teuer und deswegen sieht mein Fazit aus wie folgt, Features oder Gimmicks, also was es jetzt ist, hin oder her, das Gesamtpaket klingt ja auf dem Papier gut, in Wirklichkeit aber eben ANC und Pass-Through dank der miesen Akkulaufzeit kaum wirklich zu gebrauchen und das ist eben auch nur okay und dann der etwas lahme, lasche Klang und das für 200 Euro, sorry, ne, da hilft auch der Superkomfort nix und das Ganze wurde eben auch noch mit riesigen TWS erkauft. Wenn ihr sagt, ich brauche keine mega Akkulaufzeit, ich will ein gutes TWS, ich meine ANC, ich will es halt überhaupt erst haben, ich will einen soliden Klang und so weiter und das Geld ist euch weniger wichtig, dann könnt ihr ruhig zugreifen, aber meinerseits muss ich sagen, auch wenn ich es von OneMore gestellt bekommen habe und behalten kann, sehe ich mich die einfach nicht wirklich nutzen und ich gehe sogar wahrscheinlich wieder zurück auf die OneMore stylish, weil ich habe im Prinzip alles gleich gut, also der Sound ist gleich gut, aber ich habe ein bisschen mehr Lautstärke, ich habe in etwa die gleiche Akkulaufzeit, ein bisschen mehr 1C und so weiter, brauche ich nicht, sie sind dezenter, der Komfort ist genauso gut, die Bedienung ist hier eben ein bisschen zuverlässiger, also ich verliere hier nix, sparbaren Haufen Geld und dann gibt es eben noch die ColorBuds, die ich ja schon getestet habe, auch die würde ich eher nutzen als die, aber mir geht es halt um euch und 200 Euro ist das Paket nicht ausgereift genug, ja, ihr bekommt sehr, sehr viel, aber nichts davon ist jetzt wirklich das Standout Feature, das eben auch so gut klappt wie angeteasert, das soll es gewesen sein. Mikro ist allerdings wiederum auf einer relativ guten Seite und das lasse ich euch jetzt mal hören und wenn das Ganze mitnehmen, tschüss. So, das war dann das Mikrofon, der OneMore1C TWS und ich sage direkt vorab, das ist gut überdurchschnittlich, auch wenn es ein bisschen rauscht, wie ich jetzt zeige, nicht vielleicht super hoch aufgelöst, ist nicht super klar, ist nicht super sauber, ist aber eben ein gutes Stückchen besser als viele andere da draußen. Klar, es ist meiner Meinung nach das Potenzial, da um es noch besser zu machen, aber ihr seid hier wirklich sehr sauber verständlich und ja, so soll es eigentlich Minimo sein, ist es aber leider nicht, also ist völlig sauber.